Willkommen zurück zu Annas Quest. Wir haben im letzten Part Duringel getroffen und müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie von der Ratte das Ding kriegen. Wir können Wasserhahn rausmachen. Wir können Wasser laufen lassen. Okay, Tap ist arbeiten. Okay, auf der anderen Seite macht sie das gleiche. Okay. Können wir gerade auch nicht überspringen. Okay, Tap... Mit der Schnur können wir auch nicht da in den Abschluss ran. Okay. Ja, du würdest sie nicht beru... Sie will ja leider nichts werfen. Ich muss irgendwas kriegen, um die Ratte darunter zu locken. Ich hätte jetzt irgendwas gelb angemalt, dass es wie ein Käse aussieht. Ich glaube nicht. Hm... Hm... Können wir hier sonst noch mit irgendwas interagieren? Ne, nur mit der... Ah, es wird zu gern rot gekennzeichnet, dass es wichtig ist. Das scheint hier zu sein, um die Person zu verabschieden. Warum ist es da und was es verabschiedet, möchte ich nicht wissen. Was auch immer es ist, hat es viel schmutziger Molde auf dem Inneren der Verabschiedung. Ich... Ich glaube, ich könnte etwas Molde... ... für... etwas... grosses. Das scheint hier zu sein. Warum ist es... was auch immer? Verabschiede dich, Anna! Es ist hier eine Sektion von Pippen. Ich könnte aber... Öffne das Türke jetzt. Ich weiß nicht. Okay, lass uns das jetzt versuchen. Hm... Nein, es ist noch gelockt. Geez! Es ist stärker, als es erscheint. Das ist doof. Kann ich die Ratte mit Schimmel bewerfen? Kann ich die Ratte mit Schimmel bewerfen? Eigentlich, das... Tatsächlich, das funktioniert? Ich dachte, sie jetzt sagst... Nein... Er ist nicht besonders interessiert. Ich denke, das könnte funktionieren. Nur... Well... Vielleicht sieht es noch nicht wie Cheese. Ah... Das bedeutet, wenn ich's gelb... Das muss ich gelb anmalen. Mmh... Cheese! Well... Ich versuche es nicht zu essen. Aber jemand anderes könnte... Hier sind wir, Herr Ratte. Ein... äh... ... tolles, leckeres Cheese. Bereit? Das bringt dir doch bestimmt um. Yay! Ich habe es endlich geschafft. Ein Schiff? Warte... Wo ist der Handel? Der Handel? Sind Sie da? Der Ringel? Ich dachte, du sagst die Button ist hinter dem Schiff. Ja... Aber... Der Button ist da. Ich versuche... Es ist einfach... Es ist... Es ist in der Schiff. Es ist einfach. Keine Worte. Ich habe gesehen Winfriede open es 100 Mal. Ja... Die große Hälfte ist für eine... ...diamond-shape-Key sie benutzt. Sie hält es auf der Cat's collar für safekeeping. Oh, ja. Du bist richtig. Und... ... eine andere kleine Sache. Ich habe... ... zwei Locken auf dem Schiff. Sie sehen? Ich... ... 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 Heh, Winfriedas Voices. Euringo? Wie werde ich das tun? Du wirst etwas herausfinden, Anna. Ich bin sicher, dass du es wirst. Ah, okay. Danke, Euringo. Ich werde versuchen, das Schreien zu öffnen, glaube ich. Okay, Anna. Ich werde hier sein, wenn du nichts brauchst. Okay, Kitty. Naptime. Nein? Nicht interessiert? Ich denke, ich habe die richtige Idee. Nur, vielleicht ist es noch nicht genug für ihn. Ich weiß, das würde definitiv dieses Pillow leichter machen. Aber, naja, es würde trotzdem flatt und kalt sein. Hm... 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 Ich muss irgendwas mit dem Kissen machen. Kürze dich, Anna! Okay. Das wird nicht funktionieren. Okay, vielleicht fehlt uns noch was. Hier war nichts mehr, glaube ich. Obwohl, vielleicht mit dem Wasser? Kürze dich, Anna. Okay, Taps funktioniert. Locked. 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 Oh, das ist ein bisschen verständlich. Es ist nur ein altes Rekorder hier. Der scheint nicht zu funktionieren. Oh, gut. Der ist für die Stimme. Okay. Gut, wir haben ja ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Damit können wir das garantiert wieder zum Laufen kriegen. Ja, Anna, du bist technisch super. Ja, Anna, du bist technisch super. Sieht, du bist jetzt in Arbeitsordnung. Du bist genial. Ja, Mädchen, du bist genial. Kann ich vielleicht mir noch Stifte darin? Ich denke, ich werde das Rest dort verlassen. Okay. Also, hier kommen wir dann, glaube ich, erstmal nicht weiter. Können wir der Katze den Schlüssel ablubsen? Wir müssen die bestimmt nass machen. Naja, wir... Es ist ja, wir müssen sie... Wir müssen als Kissen konfigurieren. Was ist ein schade-lookinges Ding? All flach und lumpig. Ich bin gar nicht schlafen. Was ist ein schade-lookinges Ding? Wir müssten es irgendwie auspolstern. Es ist ein sehr... Ich würde... Das wäre nicht sinnvoll, ich denke. Nein. Das würde definitiv dieses Pillow leichter machen. Aber... Na ja... Es würde trotzdem flach und lumpig sein. Ok... Vielleicht den Futter rein? Vielleicht ich würde mal etwas anderes probieren. Okay. Und mit der Schnur kann ich es auch vergessen. Ich muss irgendwas da rein machen, dass es... nicht mehr so flach und klumpig wirkt. Hast du eine Idee, Ben? Hi Ben. Hallo, Anna! Wie geht's? Ich hätte besser nach oben schauen. Okay, Anna. Gut, Glückwunsch! Ich glaube nicht, Ben will das. Er will nur einen Weg raus. Es ist nicht Bedtime, es ist Esca... Vielleicht sollte ich es versuchen... Ich lasse ihn einfach seinen... äh... ...Ceese... Ich denke, das könnte nicht der beste Ort sein, ihn zu nutzen. Es ist älter, getrennt und ziemlich dreckig. Das ist ziemlich, was man von einer Schere erwarten würde. Nein. Okay... Wir haben einen Faden, vielleicht brauche ich eine Nadel. Kann das sein? Aber hier ist halt nichts mehr. Wir könnten ja schon mal die Stimme der alten Hexe aufnehmen. Eigentlich... ...wenn die Stimme die Stimme nicht braucht, um sie zu öffnen... ...möglich könnte eine Rekordung funktionieren. Also... äh... Wie ist das Wetter da draußen? Was? Wie verdammt du? Du wirst einfach warten, Kind. Du wirst das nicht vergessen. Oh, du wirst das nicht vergessen. Mit dem... Ja... Das sollte es tun. Ich denke nicht, meine Kraft wird mir hier helfen. Gut, das hilft also auch nicht. Gut, wir haben schon mal die Stimme. Können wir das schon mal machen, dann haben wir was weg. Was? Wie verdammt du? Du wirst einfach warten, Kind. Du wirst das nicht vergessen. Oh, du wirst das nicht vergessen. Was ist das? Körse dich, Anna! Tja, ist gut, Alter. Gut, den Teil haben wir schon mal. Vielleicht doch mit Wasser? Es scheint nicht zu... Ich brauche auf jeden Fall irgendeine Nadel. Vielleicht den Briefbesperrer in die Spügel? Ich sollte versuchen... Nee. Und was mache ich mit dem blauen Wachsmalstift? Das hilft nicht. Ich habe schon mal ein... Ich hab keine Ahnung... Ich bin doch sicher, was ... Ich sollte es versuchen... Geringle war doch auf der Schule, vielleicht kann er mit dem Hut was anfangen. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Ich sollte etwas versuchen... Kursen Sie, Anna! Nein, das ist zu weit entfernt von mir. Kursen Sie, Anna! Das ist sicher ein Löffel. Nein, das ist zu weit entfernt von mir. Die Löffel ist alles öffnet. Es gibt keine Ahnung, wo es zu setzen ist. Es gibt eine Sektion der Löffel... Ich könnte wahrscheinlich das ausziehen, um das Haar rauszukommen, aber... Warum würde ich... Kursen Sie, Anna! Die Kiste ist alles öffnet. Die Kiste ist alles öffnet. Die Kiste ist alles öffnet. Das ist die Kiste, sie muss... Ja, sie hat den Turm nur für die Übungen gemacht. Ich denke, Mr. Yun... Nein... 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 Er ist zu süß. Ich mag ihn, wie er ist. Ich denke, ich habe genug Schmerzen gemacht. Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Uh... Nein... Ich sollte etwas probieren. Vielleicht ist das nicht der richtige... Das würde nicht... Nein... Ich sollte... Nein... Das würde nicht... Nein... Vielleicht ist das... Äh... Hm... Nein... Ich bin nicht... Nein... Nein... Vielleicht... Nein... Das würde... Das würde... Ich würde einfach... Vielleicht... Ich... Ich bräuchte theoretisch nur eine Nadel. Wenn ich eine Nadel bekäme, könnte ich bestimmt das Kissen reparieren. Vielleicht die Schnur mit dem Wasserhahn verbinden? Hm... Nein... Nein... Es ist ein paar Haare unten in der Sinkdreine. Sie müssen die Wäsche sein. Gross... Hm... Ich bin etwas... Die Pfeil ist... Okay... Ich frag doch mal... Ringo... Ficht hat denn eine Idee für die Katze? Ringo? Oder fürs Kissen? Hi wieder, Anna. Ich hätte besser zurückgekommen... Ich habe noch... Alles klar, Anna. Nein... Bei Schnur dranbitten und rausziehen. Vielleicht ist es nur Anna. Sind diese Dinge... Hm... Vielleicht nicht hier... Vielleicht sollte ich... Jetzt... Die Katze hat noch was zu sagen. Alles klar, Kitty. Lass uns einen Blick auf diese schönen Kleine. Oh, wow! Sie ist ein ferociouses kleines Ding. Ich glaube, dass diese Kleine nicht so einfach sein wird. Und was ein schreckliches Ding. Ja... Ja... Ich weiß aber auch nicht, mit was wir das Ding ausschrafieren können. Können wir vielleicht das Ding mit... Ich denke nicht, dass ich mehr Mold brauche. Gut, du brauchst keinen Mold mehr. Ich weiß, dass das alles nichts bringt, aber... Ich wüsste jetzt nicht... Hm... Das ist nicht... Kurse dich, Anna! Nein, das... Vielleicht ist das nicht... Nein, das... Hm... 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 Nein, das wäre nicht sinnvoll... Nein, das wäre nicht sinnvoll... Es ist eine sehr... Ich würde es mehr benutzen, wenn es nicht für die schreckliche Maschine hängen. Nichts nadelähnliches, das wir mitnehmen könnten. Ich lasse es einfach als... Öffne die Tür jetzt... Ich bin gerade etwas ahnungslos. Das... Das nervt mich. Ja, was hat eigentlich die Farbe damit zu tun? Heißt das, Artikel mit dieser Farbe... Können nur mit Artikel der gleichen Farbe kombiniert werden? Kurse dich, Anna! Ah... Ich habe es bereits gemacht... Nein... Nein... Nein, das... Ich denke nicht, dass... Nein... Nein... Es ist bereits... Nein... Nein... Das ist nicht... Blaue Farbe... Kann das Kissen auch nicht anmalen, ne? Das wird... Ein Hatt! Ich wundere... Ach, jetzt komme ich ins Hauptmenü, okay. Ne, das wollte ich nicht. Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dahin bringe ich in Erfahrung, was ich mit dem Kissen machen kann. Ihr lasst mir einen letzten Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis dann, euer Wolf.